Hey Leute, Sepp hier. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und ja heute geht es mal um ein etwas ernsteres Thema und zwar um soziale Phobien, Angststörungen und meine soziale Ängste. Das Thema fällt mir gar nicht so leicht. Zum einen, weil ich eben selbst davon betroffen war oder immer noch ein bisschen bin und zum anderen, weil ich meine eigene Story nicht wirklich nicht wirklich mehr so gut zusammenkriege. Deswegen fange ich einfach mal da an, wo ich mich noch daran erinnern kann. Die Sache ist nämlich die, dass es bei mir gar nicht so wirklich einen Anfang gibt oder es gibt sozusagen eher mehrere Anfänge, aber ich hoffe das wird gleich noch deutlicher. Die Sache ist bei mir so rausgekommen in der Zeit nach dem Abitur. Ich wusste dann irgendwann, dass ich Sport studieren wollte und hab für den Ereignungstest trainiert und hab den dann auch irgendwann geschafft und so und danach musste ich halt quasi einfach warten, bis ich angenommen werde. Jedes Semester wieder beworben und es hat ein bisschen was gedauert. Die Sache ist, mir ging es in der Zeit und auch schon lange vorher ziemlich scheiße. Ich wusste aber nicht warum. Ich konnte es nicht erklären. Aber mir ging es übel scheiße. Ich war immer mega, mega fertig, mega erschöpft. Ich dachte damals, dass es Müdigkeit wäre, was ich aber, naja, als falsch rausstellte. Und ja, auf jeden Fall ging es mir mega scheiße und ich konnte es nicht erklären und man konnte es halt auch nicht nachweisen. Ich konnte es halt auch niemandem beweisen. Es war nachher so, dass wir wirklich viel auch Ärzte abgeklappert haben, um irgendwelche Sachen abzuchecken. So, ich habe in dem Zuge dann halt auch mal irgendwie Bluttests gemacht und Hormone abchecken lassen. So, aber ich war eigentlich körperlich immer komplett kerngesund. Und trotzdem ging es mir halt die ganze Zeit mega beschissen. So, und ich wusste halt, dass es, ich wusste nach dem Abi, weil es da auch irgendwie zu einem Höhepunkt gekommen ist, ich wusste, dass es nicht von alleine einfach besser wird. Und deswegen habe ich auch ganz klar gesagt, ich will, ich will studieren gehen. Ich will an die Sporthochschule. Aber solange ich da nicht angenommen werde, mache ich sonst auch nichts. Und kümmer mich eben darum, mich selbst auf die Reihe zu kriegen. Was natürlich mit einigen Problemchen zu tun hatte. Weil meine Eltern das natürlich anfangs nicht wirklich verstanden haben. Meine Mutter dann zum Glück irgendwann schon, weil sie auch diejenige war, die, die quasi rausgefunden hat, was mein Problem ist. Ähm, mein Dad hat das leider irgendwie nie so wirklich nachvollziehen können. Was halt dann eben auch zu ziemlichen Spannungen geführt hat. Weil, naja, ich war 21, glaube ich, und habe nur zu Hause rumgehangen. Was halt eigentlich nicht stimmt. So, ich hatte halt offiziell nichts. Aber ich habe halt sehr viel mich mit meiner Gesundheit beschäftigt, habe da auch sehr viel erreicht in der Zeit für mich persönlich. Also, ich kann eigentlich echt sagen, dass das so meine lehrreichste Zeit war. Und damals habe ich auch mit Markus zusammen einen Brofit-Kanal betrieben, haben ziemlich viele Videos gemacht. So, es war, es war auf jeden Fall keine sinnlose Zeit. Ganz im Gegenteil. Aber von außen betrachtet habe ich, war ich halt einfach den ganzen Tag Zuhause haben nichts gemacht. So, und sowas sehen halt gerade Eltern eigentlich meistens nicht so gerne. Und dann, ja, bekommt man irgendwie noch zusätzlichen Stress, den man eigentlich gar nicht gebrauchen kann. Aber ja, wie ist das jetzt bei mir eigentlich rausgekommen? Die Sache ist, mir ging es halt voll lange scheiße. Ich wusste nicht, was es ist. Ich war auch ständig nervös und übel erschöpft und keine Ahnung warum. Irgendwann war es so, also dafür muss ich noch erzählen. In der Zeit war es so, dass ich halt angefangen hatte mit Krafttraining, mit Calisthenics und halt dafür regelmäßig trainiert habe. Und ich habe vor meinem eigenen Training irgendwann, also ich war irgendwann so ängstlich vor allem Möglichen, dass ich vor meinem eigenen Training richtig Angst bekommen habe. Das waren mir aber nicht bewusst. So, ich hatte die übelsten Körperreaktionen und, keine Ahnung, mir ist es trotzdem nicht aufgefallen. Also es war dann wirklich so, dass ich schon Tage vorher vor meinem Training nervös geworden bin und währenddessen halt richtig, boah, keine Ahnung, ich bin richtig durchgedreht irgendwie. Ich hatte während so einem Satz irgendwie richtig Herzrasen und kam irgendwie mit dem Atmen gar nicht hinterher und hatte kalten Schweiß und war voll am Zittern. Und wenn ich irgendwie dann abgesetzt hat, war das so dieses Gefühl, wenn man so irgendwie so ein bisschen unterkühlt gewesen war und dann es wieder warm wird und alles so kribbelt. Das halte ich dann am ganzen Körper. Und ich hatte voll die Magenprobleme dann in den Momenten und das ist richtig übel. Mir ist es einfach nicht aufgefallen. Und das habe ich dann halt eben irgendwann meiner Mama so beiläufig eigentlich erzählt. Und die dachte sie halt dann, ja gut, ist ja irgendwie nicht ganz so normal. Und hat dann irgendwie angefangen zu recherchieren, ist darüber halt dann auf Angststörungen gekommen. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, was hat jetzt Angst vor dem Training mit Sozialproblemen zu tun? Das weiß ich auch nicht. Aber wie gesagt, das war irgendwie so die Hochphase bei mir, da wo es wirklich am schlimmsten war. Und warum ich auch Angst vor meinem Training bekomme, kann ich nicht erklären. Aber es war halt nur eine andere Sache. Weil, wie ich eben schon gesagt habe, war ich ständig vor allem möglichen nervös. Also ich dachte, dass das Nervosität war. Jetzt weiß ich halt, dass es Angst war. Und zu der Zeit konnte ich halt quasi fast nichts, was halb irgendwie mit sozialen Interaktionen zusammenhängen, ähm, angstfrei machen. Also ich hatte wirklich vor allem Schiss. Ich hatte, ich hatte sogar Angst vor die Tür zu gehen. Weil, naja, irgendwie, es hätte ja jemand in unserem Hof mich sehen können. Nach dem Motto. Ich habe in der Zeit halt echt mega viel Zeit einfach in meinem Zimmer verbracht. Mit am besten geschlossener Tür und vorgezogenen Vorhängen. Weil ich wirklich, ich hatte Angst vor die Tür zu gehen. Und ich hatte Panik Angst davor irgendwie einkaufen zu gehen oder tanken zu fahren oder überhaupt Auto zu fahren. Und, keine Ahnung, das war, das war schon echt brutal. Zumal, als ich, als wir dann rausgefunden haben, was mein Problem war, ähm, habe ich erst realisiert, dass ich das schon Ewigkeiten habe. Also diese, diese Sachen, die dann in dem Moment so, so schlimm geworden sind, hatte ich in abgeschwächter Form schon Ewigkeiten. Deswegen sagte ich ja auch am Anfang, ich weiß gar nicht genau, wann das angefangen hat. So, so meine ersten Erinnerungen an so komische, an so komische Ängste, wie irgendwie Angst vorm Telefonieren oder so, hatte ich übelst lange. Oder habe ich jetzt immer noch so ein bisschen, das ist total crazy. Und ich hatte früher auch als Kind irgendwie immer richtig Angst vor öffentlichen Toiletten. Also so total komische Sachen, die gehen halt in der Zeit mega weit zurück. Und ich kann es überhaupt nicht mehr auseinander, auseinander puzzeln, wann was überhaupt angefangen hat. Auf jeden Fall hat es, hat es sich halt mit, ja so bis, bis 21 ganz gut gesteigert. War dann eben extrem mies. Ich war dann noch irgendwann an so einem Punkt, da war das so schlimm, dass ich so verzweifelt war und nicht mehr wusste, was ich machen wollte, dass ich ernsthaft überlegt habe, mich stationär einweisen zu lassen. Was mir aber irgendwie dann in der Zeit überhaupt nicht gepasst hat eigentlich, weil, naja, ich hatte ja irgendwie, ich hatte ja andere, andere Ziele, andere Sachen, die ich machen wollte, als jetzt in irgendeiner Klinik rumzugammeln. Aber ich wusste halt eigentlich überhaupt nicht, was ich machen wollte, äh, machen sollte. Ähm, zum Glück, zum Glück wurde ich über, über fünf Semester hinweg nicht angenommen an der Sportschule. Und zumindest, äh, meine, meine Mutter hat mich dann irgendwann auch daran unterstützt, dass ich nichts irgendwie jetzt auf Krampf arbeiten gehen muss oder so. und dass ich mich, um mich selber kümmern kann. Und ich habe in der Zeit, in den, das waren bei mir dann, ja, nach, nachdem ich es rausgefunden habe, glaube ich bestimmt zwei Jahre oder so, das ist echt eine krasse Zeit, ähm, die ich mich darum kümmern konnte, mit, mit diesem Problem fertig zu werden. Und ich finde, ich habe das auch mega gut hinbekommen. Also, wie gesagt, ich habe immer noch, es kommt immer noch so ein bisschen was durch heute, aber es ist halt echt kein Vergleich mehr. Die meisten Sachen, von denen ich eben aufgezählt habe, von denen ich, von denen ich Schiss gehabt habe, sind halt jetzt eigentlich überhaupt kein Thema mehr. Und ich weiß, dass es da draußen viele gibt, die diese, die, die, die auch soziale Ängste haben und die auch in dieser Situation sind, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und deswegen möchte ich darüber reden, was man dagegen tun kann. Da das Video so wahrscheinlich jetzt schon wieder viel zu lang ist und ich das wahrscheinlich wieder kaum hochgeladen bekomme, weil ich so eine scheiß langsame Leitung habe und das tausend Stunden dauert, würde ich immer einen Cut machen und würde nochmal extra Videos dazu drehen, wie man eigentlich mit diesem Problem fertig wird und was man tun kann. Und ja, wie man wirklich zu einer Lösung kommt. Weil gerade wenn man auch bei Therapeuten ist, bekommt man oft nur so Tipps, um damit leben zu können. Aber man muss nicht damit leben. Man kann das auch durchaus ganz loswerden und in Freude und Glück durch die Welt schreiten. Und das ohne diese beschissenen Ängste. Und ja, wenn euch, wenn ihr euch das Thema interessiert, wenn ihr selbst in dieser Lage seid, abonniert gerne den Kanal. Wie gesagt, es werden dann weitere Videos dazu kommen, wie ich damit umgegangen bin. Und ja, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.